Auch 2024 versammeln sich im Sommerhaus der Stars wieder eine Vielzahl an illustren Promi-Paaren, um ihre Beziehung der ultimativen Prüfung zu unterziehen. Mit dabei ist Alessia Herren, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Ken einzieht. Woher man die Influencerin kennt, erfahren Sie hier. Für acht prominente oder weniger prominente Paare geht es in diesem Jahr ins beschauliche Bocholt. In einem rustikalen Bauernhaus kämpfen sie um ein Preisgeld von 50.000 Euro, gewinnen können nur diejenigen, die in den Pärchen-Challenges siegen und nicht von den anderen herausgewählt werden. Auch mit dabei Alessia Herren und ihr Ehemann Ken. Woher kennt man die beiden? Alessia Herren ist die Tochter des bekannten Schlagersängers Willi Herren, der 2021 verstarb, nachdem man ihn tot in seiner Wohnung in Köln-Mühlheim fand. Nach dem Tod ihres Vaters stand sie ebenfalls im Fokus der Öffentlichkeit, da sie sich offen über den Verlust und die schwierige Zeit geäußert hat. Gegenwärtig ist sie als deutsche Reality-TV-Darstellerin und Influencerin tätig. Alessia Herren wurde durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Shows bekannt, darunter Love Island und Promis unter Palmen. Freund von Alessia Herren Wer ist Ken? Alessia Herren lernte ihren Freund und mittlerweile Ehemann auf wenig glamouröse Weise kennen, vor einem Kiosk in Köln. Schon seit 2019 sind die beiden ein Paar, Herren hat die Beziehung aber erst Anfang 2023 öffentlich gemacht. Seitdem teilte sie gelegentlich gemeinsame Fotos mit ihm. Kurz darauf, im Februar 2023, haben die beiden geheiratet. Wenig später kam Tochter Anissa Amalia auf Welt. Während die jungen Eltern im Sommerhaus der Stars sind, ist ihr Baby also etwa ein Jahr alt. Alessia Herren und Ken getrennt Das Sommerhaus der Stars hat noch gar nicht begonnen, da stellen sich insbesondere Fans in den sozialen Medien die Frage, sind die beiden noch zusammen? Wer einen Blick auf das Instagram-Profil von Alessia Herren wirft, stellt fest, dass alle Fotos mit ihrem Partner gelöscht wurden, abgesehen von den Promobildern zur Show. Auch scheinen sich die beiden nicht mehr zu folgen. Ob das Paar sich wirklich getrennt hat, vielleicht sogar innerhalb von, das Sommerhaus der Stars, erfahren Zuschauer und Zuschauerinnen vielleicht in den kommenden Wochen, wenn die Folgen ausgestrahlt werden.